Was glaubt man uns die weiterhose dir und wir haben neue news zur kommenden LRB Pan und LRB Pan wird Der erste charakter sein der quasi die neue mechanik nutzen wird die active skills wir werden sie gleich uns ansehen und hier natürlich wirklich Riesen shoutout an team drucker der hat das ganze geliebt auf seinem blog wie gesagt er hat seit ein paar tagen blog gestartet Ist auf französisch so ist nicht man kann sich ein bisschen ableiten allzu schwer ist es nicht wenn man ein bisschen auf drucker unterwegs ist Aber wir gucken uns natürlich mal zu sicherheit die übersetzungen an by the way freunde Ich war gerade eigentlich dabei ein anderes video zu drehen ich wollte eigentlich ein anderes ich sag mal spezielles video raushauen Aber da hat es mir den letzten nerv gegraubt da mal ein das gescheite szenario hinzubekommen Denn manchmal in drucker wenn du dann ein szenario bauen willst dann dauert es jahrelang bis das passiert Da müssen wirklich viele sachen stimmen und dann dachte ich mir ja wisst ihr das dann nehme ich das auf jeden Fall an Und präsentiert euch das zumal es auch sag ich mal wirklich sehr interessante news sind aber dieses andere video wird an die tage kommen Genau seid auf jeden fall drauf gespannt Jedenfalls LRB pun wissen ja LRB pun wird free to play sein aus ihrem event werden wir sie erhalten zum vierjährigen jubiläum Das countdown zum vierjährigen jubiläum hat heute angefangen auf jp ab heute sieben tage und wir bekommen auch zum login tickets Über die sieben tage bis zu 35 tickets bis zu zehn stones Aber das banner in dem ich das ganze noch live aufnehmen also das ticket war ist doch nicht online da warten wir auch noch die tage drauf Aber LRB pun freunde wie sagt team looker was schreibt uns dann natürlich hat jetzt quasi die information details von dem charakter Wir gucken uns gleich an was passiert nach dem awakening sets etc Jedoch wird LRB pun eine der karten der neuen generation nennt er das das werden quasi die karten sein die dann quasi ein active skill haben zusätzlich also die neue mechanik Wie wird das ganze bei ihr aussehen folgendermaßen freunde und zwar ist es zum einen diese act dieser active skill ist wirklich ähnlich wie eine main ability in legends Wie ich mir vorgestellt hatte dass man das einmalig pro kampf aktivieren kann und dann hat man quasi den effekt sei es ein boost Debuff und 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 eine andere super deck und so fort und mit LRB pun haben wir quasi ein beispiel und tatsächlich wird das so sein Dass man quasi man wird diesen active skill bei einem charakter einmalig im kampf aktivieren können und diese löst etwas aus Hat natürlich auch bedingungen bei LRB pun ist das folgendermaßen also jetzt nicht irritieren wegen pfanne und so wir reden über pan Bei LRB pun ihr active skill wird folgendermaßen sein ab anbeginn der dritten runde Kann man ihre ihren active skill aktivieren und sie gibt dann durch ihren active skill also sie Erhöht dann den angriff aller verbündeten für eine runde durch ihren active skill Ganz easy wirklich eine einfache active skill mit einem boost für alle verbündeten Wir gucken uns gleich an wie genau dieser boost ist aber ab anbeginn der dritten runde Kannst du das aktivieren und dann erhöht du quasi den angriff aller verbündeten für eine runde ich finde das gut mit den active skill Das ist quasi etwas neues und er sagt auch quasi dass in sachen gameplay eine neue tiefe geben könnte Ich hoffe aber dass auch weitere neue events kommen in dem man quasi auf die tiefe zurückgreifen muss Sag ich mal in sache schwierigkeit Ähm zudem fügt noch hinzu ps B pun ist eine der ersten charaktere also ihre lr version für die mehrere stimmen angelegt wurden in den daten sag ich mal Also voices sollen auch noch hinzukommen da bin ich auf jeden Fall drauf gespannt Gucken uns erstmal an LRB pun was ändert sich an den stats Ihr artwork haben wir da oben gesehen bisschen aus den vjumpscans wird so aussehen Das ist ein unscharfes bild aber ist nicht schlimm Stats haben wir für LRB pun sie wird von der realität LR sein und zwar wissen ich wann wie wir sie bekommen werden also was Also wir wissen ja dass es ein neues event geben wird und dann dass man sie erwarten kann aber weiß man schon ein bisschen mehr Naja also ich habe kurz nachgeschaut wir wissen natürlich dass wir sie erwarten können aber noch nicht ganz genau wie Ob der neue station zukommt neue medaillen also ja da müssen wir uns noch wenig gedulden wir haben ihre stats jetzt wie gesagt an der Stelle LRB pun, PAN GT Biene HP haben wir 16.780, Attack haben wir 10.000, Verteidigung 8.230, das sollten wahrscheinlich die stats sein in der sie 0% im dupesystem ist Ja hoffe ich weil 10.000 angriff ist ein bisschen wenig Jedenfalls Elite Skill ist an der Stelle folgendermaßen 3.333 HP Hielt sich jeder Charakter an Key desselben Typus den er einsammelt Nehmen wir mal an B-PAN ist vom Strength Type wenn B-PAN unter B-PANs Leader Skill sie ein Strength Orb einsammelt Hielt sich an diesem Strength Orb um 3.333 HP und wenn zum Beispiel jetzt ein Tech-Charakter ein Tech Orb einsammelt dann macht er das auch So ist die Leader Skill Super Attack ist folgendermaßen mit der 12 Key macht sie Colossal Damage und kann den Gegner betäuben Sollte eine Rare Chance sein mit der Ultra Super Attack macht sie Mega Colossal Damage und hat eine Medium Chance sollte das sein den Gegner zu stunnen Jetzt ihre aktive Fähigkeit, das ist das neue, ist auch in Rot hier Sie gibt wie gesagt Nach 3 Runden kann sie einmalig ihren Active Skill aktivieren und dann gibt sie jedem Verbündeten auf den Angriff 33% für eine Runde So funktioniert ihre aktive Fähigkeit, ihr Active Skill und ihre Passive wird folgendermaßen funktionieren Sie hielt sich an 33% Schaden den sie verrichtet Gar nicht mal so schlecht, zumal es in LR, sie wird wahrscheinlich gut durch den Schaden machen Und sie hat eine High Chance, eine Damage Reduction zu bekommen von 55% Links gibt es beiden gleich, wie von der Vorversion, was sich ändert, ist das Legendary Power, Modern Meets the Eye auflöst Heißt, wir haben dann All in the Family, Saint Dines, Battlefield, Tiva, GT, Innocence, Legendary Power und Shattering the Limit Freunde, soviel auch zu Beepern, LR Beepern Lasst mich gerne wissen, was haltet ihr von ihr, was haltet ihr von dem Active Skill Denn das ist quasi die Zukunft, sag ich mal Also viele neue Charaktere, Charaktere der neuen Generation, hat er Team Lukas genannt Werden diese Active Skill bekommen Ich bin auf jeden Fall drauf gespannt, was da abgeht Aber es ist tatsächlich so, wie ich es mir vorstellen konnte Ab irgendeiner Bedingung, einmal pro Kampf, kann man diesen Active Skill bei einem Charakter aktivieren Und dieser Charakter tut dann irgendwas machen Sei es wie gesagt, Buffen, Debuffen, Super Deck, neue und 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 Bei Beepern ist es 33% für eine Runde, für alle Verbündeten, einmal pro Kampf Nach am Beginn der dritten Runde kann sie das aktivieren Ich finde es auf jeden Fall eine schöne Mechanik Ich finde es gut, dass sie das eingefügt haben Ich bin auf jeden Fall drauf gespannt, was da die Tage noch bekommen werden Ich hoffe, das Ganze hat euch dementsprechend gefallen Kurzes informativen Video, aber ich würde es auf jeden Fall euch wissen lassen Zumal sie quasi der erste Charakter sein wird mit einem Active Skill Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst den Ganzen auf jeden Fall Like Ich bedanke mich fürs Zusehen Ich setze mal wieder an das andere Video ran und wir sehen uns das nächste Mal Macht's gut, Peace